Aloha und weiter im Tags mit Jack2. Ähm, im Idealfall gucke ich auch, wo ich hinfliege. So, da muss ich lang. Upsala, sorry. Ich wollte nicht anstößig werden. Ui. So. Oh, oi. Sorry. Das war wirklich keine Absicht. Doch, es war wirklich keine Absicht. Okay. Dann laufe ich jetzt halt illegalerweise. Ein Weilchen. Bei der nächsten Gelegenheit klaue ich mein Fahrzeug. Keine Sorge. Huh. Ah, vielleicht nicht das. Ah, ich habe kein Fahrzeug geklaut. Nein, 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 nein. Alles cool. Leute, alles cool. Gut, ich hätte mir keins klauen brauchen. Okay, hier darf ich nicht langfahren. Hier sind nur Fußgänger. Also fahre ich... Räut' mal. Also fahre ich hier lang. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. So. Hier muss ich hin. So. Oh Gott. Ja, ja. Ja, ja. Stimmt. Da war was. Mit der Kanalisation. Licht. Oh Gott, ich ahne Furchtbares. Ich frage mich gerade, wo man hinkommt, wenn man da hingeht. Jetzt kommt gleich wieder der Lurker, der mich erschreckt, oder? Ah, ne, doch nicht. Der Lurker, der eigentlich ein... Was ist das? Huch. Hi. Na? Willst du mich fressen? Auf ihn zielen kann ich nicht. Oh Gott. Oh Gott, und ich muss da hin? Moment, ich... Ich guck mal bei meinen Missionen. Was muss ich denn tun? Kanalisation trockenlegen. Zerstöre die Ausrüstung an der Ausgrabungsstelle. Okay, wie komm ich da... Wie lege ich die trocken? Oh Gott, das sind sogar zwei. Wunderschön. Oh Gott. Gehen wir mal hier lang. Das ist ja ein schöner Weg. Warum habe ich das Gefühl, dass man hier schnell runterfällt? Wow. Licht, bitte. Oder muss ich hier rein? Aha. Unsichtbare Wand. Sehr schön. So, also hier muss ich nicht lang. Das ist doch schon mal schön zu wissen. Versuchen wir mal da zum Licht zu schwimmen. Und hoffen, dass uns die kleinen Biester nicht fressen wollen. Aha. Okay, da ist eine Lampe. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Orb. Und da möchte ich auch ran. Da komme ich nicht ran. Aua. Spinst wohl. Okay, an den Orb komme ich wahrscheinlich erst dran, wenn ich hier alles trocken gelegt habe. Gut zu wissen. Bam. Voll mit dem Kopf gegen die Wand. Ich muss hier lang. Aber vielleicht so. Das würde einiges erklären. Ja. Ich muss so. Ich würde gerne sehen, wo ich hinfahre. Au. Gut. Machen wir gleich so. Yay. Oh Gott. Wunderschön. Wir sind einfach so verpufft. Hey Leute. Wenn wir immer wieder hier anfangen, wird das ein super großer Spaß. Das kann ich euch schon mal versprechen. So. Machen wir mal ein bisschen langsamer. Weil das hier ja auch so super funktioniert. Upsala. Na ja, aber ich habe wenigstens herausgefunden, wie man da lang muss. Klick. Hey. Hallo. Danke. Kann man so? Ne, man kann so nur wenden. Das einzige, was ich machen kann, ist abspringen. Na, Knupsi? So bin ich anscheinend gar nicht lecker. Wow. Scheiße. Entschuldigung. Oh Mann. Das wird lustig. Aber wenigstens sterbe ich nur durchs Runterfallen und nicht durch ein... Ich wollte es gerade sagen. Also können die mir auch wehtun, wenn ich auf meinem Board sitze. Gut zu wissen. Oh Gott. Oh Mann. That was not funny. Okay. Want to have it? Want to have it? Ach Mann. Das haben wir nicht fällt so ein. Ich weiß, ich brauche es nicht. Aber ich will es nicht liegen lassen. So. Wow, 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 wow. Ah, verdammt, da bin ich doch letztens schon runtergefallen. Letztens. Vorhin schon runtergefallen. Geht da jedes Mal die Tür auf? Ja, da geht jedes Mal die Tür auf, wenn ich wieder respawne. Ist das schön. Bräuchte vielleicht doch Licht. Mach mal an. Mach mal an. So, Leute, jetzt wird's hier aber. Warum habe ich das gerade getan? Ich wollte eigentlich was anderes machen. Ups. Das wollte ich nicht. Ich probiere manchmal mal was aus. Okay, bei Kreis mache ich's so. Oder mache ich da immer so was? Da springe ich. Na komm. Ah, okay. Au. Okay, so bin ich nicht ganz so schnell. Bilde ich mir ein. Wow, 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 wow. Was war das denn? Ich bin durchs Gitter geglitscht. So langsam bewegt sich mein Agro-Level leicht nach oben. Weil mir langsam aber sicher auch die Musik auf den Zeiger geht. Hallo, du... Okay, dass ich hier so langsamer bin, wenn ich mich klein mache, ist... Moment. Mir ist gerade Anti-Wie dazwischen gesprungen. Konnte nichts sehen. Nein, ich spiele nicht auf einem Emulator, aber ich nehme auf dem PC auf und ich schaue über den PC. Wow. Danke. Danke. Okay. Noch mehr? Nee. Mir scheint... Nicht so. Ah, okay. Das ist ne Mine, gut zu wissen. Oh Gott. Ich dachte, das wäre ein... Oh, ob der blinkt oder so. Ich ahne Furchtbares. Ich wette, wenn ich hier sterbe... Oh. Werde ich bestimmt... Ich konzentriere mich gerade wieder ganz am Anfang spawnen. Wundertpro, denn dieses Spiel ist ja nicht fair. Wir werden es jetzt herausfinden. Natürlich! Wie konnte ich nur denken, dass man hier einem fairen Spiel gegenübersteht oder wenigstens fairen Save-Points. Okay. Aber gut zu wissen... Ach, wie hätte ich denken... Wie konnte ich nur denken, dass die ganze Aktion mit dem Rüberfahren hier erledigt ist. Wow. Wow, wow. Oh Gott, 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 oh Gott. Aber hey, wenigstens hat es jetzt funktioniert. Okay. So, jetzt versuchen wir mal nicht hier gegenzustoßen. Was passiert eigentlich, wenn ich hier langschwimme? Ich habe auf jeden Fall eine bessere Kontrolle. Okay. Wo, 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 wo. Nix da. So, was passiert, wenn ich jetzt hier langschwimme? Werde ich hier runtergesogen? Nö. Dann schwimme ich doch einfach hier lang. Äh, ja, soviel zum Thema, da habe ich eine bessere Kontrolle über alles. Habe ich nämlich nicht. Der kurze Seitenblick auf die Uhr wäre jetzt gerade zu meinem Verhängnis geworden. Oh mein Gott. Okay, ich muss zurück. Oh Gott, was ist denn jetzt? Nein, 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 nein. Oh Gott. Die Dinger sind unfair. Ja, komm, wechsel. Wollen wir mich in Wechsel? Ich schwimme mich halt am Rand lang. Sorry, Leute, wenn euch das jetzt langweilt, aber... Okay, hier komme ich nur mit dem Board hoch. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust, jetzt unnötig zu sterben, weil ich das 100 pro nochmal machen muss. So, wo muss ich denn jetzt hin? Wahrscheinlich da. Ich... oh Gott. Oh Gott, ich bin so angespannt. Ich habe Angst. So. Was hat geklappt? Oh Gott, um Gottes Willen. Oh Gott. Gut, ich kann unten drunter schwimmen. Äh, Jack, ich würde gerne sehen, was du tust. Oh mein Gott. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Jack 2 wieder. Oh, Wari.